die 13 auch die Füge Prozent er braucht Strom was auch Strom hat sich für die Maschine ne grad nicht aber es wird aber auch nicht höher ja jetzt wird es höher du brauchst doch da unten Kohle gell ja noch wo muss denn die Kohle hin hm die Kohle muss hier hin gell in die Teile rein wieviel haben wir den vier Steam Engines ja sind auch gerade zwei in Betrieb ich gehe nochmal Wasserleitungen ich habe nochmal eine ich habe nochmal eine hey was tust du? Bohre verlegen hm 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 was für welche? ja das die automatisch mit Kohle ja das mir ich habe mich in der 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 So, ich baue hier gerade ein bisschen um bei dir. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Okay. 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 Hey, Heiko. Kannst du ganz kurz gucken, der Graben, wo ich da gebaut habe, auf welcher Höhe der ist? Wie? Der Junge? Ja. Ja, oder? Ja. Okay, dann bin ich zu weit unten. Ja, ich komme. Ich mache ihn kurz. Mach kurz selber. Ja, nicht nach unten. Ja, ich weiß nicht, auf welche Höhe du bist. Äh, das haben willst du. Hier. Ja, genau der. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist wirklich ganz wichtig. Äh, hast du denn die Spitzenhaugen dabei? Hauptsache die Buddelt Schon Weil mein Mining Trill war gerade leer Fuck Uuuugh Uh 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 ich hab das downpipes mach ich nicht waterproof cobblestone eine guten Transport-Pipe hinmachst und deine Redstone-Engine, dann pumptest du die Sachen raus, gell? Hast du das jetzt für alle da drin gemacht? Kohle? Hm. Was ist los? Du machst die ganze Kohle in das Roh-System rein. Ja. Dass die einfach die ganze in den Kreis rumläuft. Ja. Hm. Weil die Kohle läuft ja automatisch weiter, wenn die ja voll sind, weißt. Ja. Hm. Kohle läuft aber immer weiter, oder? Das sieht schon da. Bis jetzt hat noch keiner was abgekriegt. Echt nicht? Ja. 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 Ja, weil ich sonst schon das. Yeah. Ja. 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 die recht nichts doch ein guter geht kohle hochsehten okay denn sie werden halt die ließen immer 64 wo sind die ganzen öfene